Tee Trostainisi heißt dieser junge Fuchs Wallach und er ist ein Verkaufsherd von The Horse Seller. Ein fünfgängig veranlagtes Pferd mit einem 118er Zuchtwert, ein wirklich super interessantes junges Pferd. Er hat vier Wochen geritten, aktuell und er zeigt sich hier super, superartig. Er ist ohne Eisen auf dem Video, da er gerade so wie auch die anderen Videos davor aus der Winterpause geholt wurde, damit wir ihn angucken können. Und er heißt Tee Jutl, weil er dieses wunderbare Karo im Gesicht hat. Er hat diese tolle Dunkelfuchsfarbe, ein ganz besonderes Pferd. Nicht besonders groß denke, so am Anfang 1,30er, 1,32, 1,33, vielleicht 1,34 und ein Pferd mit ganz, ganz viel natürlichem Tölt und sehr freundlich, sehr aufgeschlossen. Also hier ein Pferd, was man ganz wunderbar weiter ausbilden kann und was in Kürze ein ganz toller Partner für jeden Reiter sein wird. Und wenn er euch genauso gut gefällt wie uns, dann meldet euch. Die Daten dazu findet ihr oben im Video. Die Daten dazu findet ihr oben im Video.